also landen spiel suchen freunde herzlich willkommen wir sind heute auf den salty shores und das spiel wurde direkt abgebrochen wie fand ihr das game also ich fand es gut bereit bereit geboren hier gerade unsere fähigkeitspunkten schupe ist fähigkeitspunkten hä warum steht da dark pussy gang bei uns was ja überall ach so können wir so lassen würde mich auch übelst freuen wenn dieser perna sich dazu entscheiden würde bereit zu klicken er ist raus der andere ist raus er ist auch raus ja dafür bin ich aber nicht mehr bereit hauptsache wir sind bereit oder manche denken jetzt vielleicht jetzt wird geschnitten aber nein es wird geladen es wird geladen gegen Dietmar Adler natürlich schön dass du wieder da bist Dietmar oh ich habe vergessen glaube ich dich lauter zu stellen auf dem server eu zehn fünf sieben fünfzig sechs neun sieben was ist denn das jetzt der bei fliegt anders ne hast du ein leichter weil das ist ja wirklich wie am ich habe das noch gar nicht gespielt so wie die gegner spielen habe ich es auch noch nie gespielt aber der wind ist hier ein bisschen random mit dem ball finde ich der was der wind wo es den ball hindrückt ja das passt der fliegt ja war echt interessant also nicht mehr mal so wie man das erwarten würde wenn der so ein ball ist wenn der wind da wäre hä ich drehe ihn an rechts unten nice oh ne meine vorlage ohne die wäre es nichts gewesen guter pass guter pass guter pass ich glaube die gegner haben auch richtig schwierigkeiten noch zu spielen ja mit dem namen hätte ich auch richtig schwierigkeiten an Dietmar Adler Junge nichts gegen Dietmar nichts gegen Adler jetzt also nicht dass jetzt so ein Tierschutzfeind kommt ne guter schuss ja hat aber auch die richtige neigung ne der ist direkt hä aber neuer ist drinnen direkt ja das ist spot ja ach scheiße ja hast du den zwirbel gesehen Junge oder wild anders gut ei 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 hi ei ei hallo ei 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 hallo ei 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 hallo ei 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 aber die Madler natürlich bleibt da drin natürlich mit so einem Namen die Madler wo standhaft bleiben er hält die Grenzen dicht hm das ist ein nicer Flug ja ja 5 Sterne Koch oh oh ahja jetzt sind es 3 jetzt ein echter Spieler reingedropped reingedropped reingedroined nice der Winkel ist gut der Bogen guck mal wie der springt so manchmal schnell und manchmal langsam das ist gar nicht so und manchmal ins Tor oh meine ich auch nicht doch oder doch ja sehr nice toll der Boost Besetzer Boost Besetzer oder was für ein Boost Besetzer 2 2 1 go ich wollte gerade 3,18 sagen du sagst 2 ich hatte ja mal 2,18 das war aber vor zwei Jahren was mhm ich verstehe gerade nur Warnow ich verstehe nur Beachball der fliegt aber auch echt interessant ähh wo ist das leer er fällt mich kaputt dankbarer Shit anal 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 polytyp anal pulle die kommen gar nicht auf den Ball klar noch weniger als ihr sagst du ui da bin ich ein bisschen früh gefungen ich hab den Dreh gesehen guter Schuss guter Schuss alles geplant direkt wieder raus aber Adler Dietmar ist ganz schön beständig sagen wir es mal so sagen wir es mal so wie soll man es doch sonst sein ne so sagen wir es das ist wie wenn du bei COD im Spawn die ganze Zeit ähm getötet wirst und trotzdem drin bleibst so einer ist Dietmar Adler mhm für uns dankbar der echte wie war es mit dem Ball hehehe der hat schon ein Drip oho der hat ein Drip 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 hehehe oh den hab ich nie seh aber jetzt wird er verwandelt schau zu zu dir verwandelt jo du hast ihn ja so weit verwandelt dass er nicht reingeht ich hab zu dir verwandelt jetzt ist der Ball du und du der Ball Junge guter Pass guter Schuss ja was hehehe Bro geht er nicht rein im echte Leben wäre er jetzt reingegangen hehehe alle fliegen so kacke weil sie den Ball falsch einschätzen richtig gut oho 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 was der kam unerwartet wow Dietmar Dietmar deswegen ist er drin geblieben ja der zieht einfach noch die Chance und zurecht Dietmar hat gar nicht neul der ist doch echt interessant geflogen das war natürlich alles nur ein Glück so jetzt sagen wir Weißenberg Dietmar will wieder in seine Schranken er kann sich ja nicht alles erlauben er kann sich ja nicht alles erlauben Konzentration bei der Abwehr ich sag's dir ja so muss das sein so wusste es mal wieder alle stabil alle fliegen Roberto Flanko hey 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 was ist denn los mit dir oh nice and real die defense der geht nicht oder? fast wenn du nochmal schießt dann ja haha seissnull seissnull hallo seissnull was das wohl heißen soll seissnull das fragen sie sich jetzt guter Schuss so ich check hier immer nicht so much ja die geben die Hoffnung nicht auf ja er hat auch den Überblick als Adler das war rüber ja nice bau nice sorry man ist auch übel zu riesig oder entweder ist der Ballgust oder die Tour leider ist voll geil wenn die rausquitten aber es nichts bringt haha nicht so viel wie sonst da dann soll ich auch mal die Musik genießen hier haha genau ja nicht mal Adler das Spiel endet einfach nicht nein ich wollte verlängern ja ich hab keinen Boost auch nicht Profifußball oder was? ohne Boost spielen ja 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 bei dem Ball geht das eigentlich auch leichter gg ja deswegen habt ihr es auch kein einziges Mal hinbekommen ha Freunde das war es mit diesem Video ich hoffe euch heute der Strandball gefallen ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam ja ich auch wir hören uns und sehen uns im nächsten Video lasst ein Like da und ein Abo und aktiviert die Glocke auf keinen Fall und ein Kombi ja wir sind raus tschau 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 tschau